Wir sind die Handtuchleger aus Germany. Wir legen unsere Handtücher überall hin. Schon morgens früh um sechs, da wird reserviert. Rund um elf Uhr an den Pool marschiert. Dieses Jahr war ich auf Ibiza und ich war schon früh am Morgen da. Ich schaute gleich mal nach dem Swimmingpool, legt mein Handtuch über den Liegestuhl. Dann hab ich das Zimmer inspiziert. Alles, was scheiße ist, fotografiert. Ein Schreiben wird dann gleich aufgesetzt und der Anwalt zu Hause drauf geholt. Wir sind die Handtuchleger aus Germany. Wir legen unsere Handtücher überall hin. Schon morgens früh um sechs, da wird reserviert. Rund um elf Uhr an den Pool marschiert. Schalalala, schalalala, schalalala. Ja, die Deutschen sind mit dem Handtuch da. Schalalala, schalalala, schalalala. Ole, Alemania. All-inclusive haben wir gebucht und auch nicht lang im Katalog gesucht. Ein Swimmingpool, ja, das musste sein. Ein Handtuch vom Hotel, ach, das wäre fein. Das Zimmer hat zwar keinen Meeresblick, doch ich seh den Pool, ach, und was für ein Glück. Der Weg dienst weg, nicht um sechs Uhr früh. Da leg ich gleich mein Handtuch hin. Wir sind die Handtuchleger aus Germany. Wir legen unsere Handtücher überall hin. Schon morgens früh um sechs, da wird reserviert. Rund um elf Uhr an den Pool marschiert. Schalalala, schalalala, schalalala. Ja, die Deutschen sind mit dem Handtuch da. Schalalala, schalalala. Ole, Alemania.